Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie fühlen Sie sich? Hallo Mary. Wie fühlen Sie sich? Hallo Michael. Ehrlich gesagt bin ich etwas nervös. Hallo Michael. Ehrlich gesagt bin ich etwas nervös. Mach dir keine Sorgen, Mary. Die Ärzte hier sind sehr gut. Wie sieht das Problem aus? Ich habe seit zwei Tagen Kopfschmerzen und es wird immer schlimmer. Ich habe seit zwei Tagen Kopfschmerzen und es wird immer schlimmer. Das hört sich nicht sehr gut an. Haben Sie noch keinen Arzt aufgesucht? Das hört sich nicht sehr gut an. Haben Sie noch keinen Arzt aufgesucht? Ja. Heute Morgen hat Dr. Ich habe Smith gesehen. Er sagte, ich bräuchte vielleicht ein paar Tests. Ja. Heute Morgen hat Dr. Ich habe Smith gesehen. Er sagte, ich bräuchte vielleicht ein paar Tests. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts Ernstes ist. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts Ernstes ist. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Danke Michael. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Danke Michael. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Gern geschehen, Mary. Wir sind Freunde und Freunde unterstützen uns gegenseitig. Gern geschehen, Mary. Wir sind Freunde und Freunde unterstützen uns gegenseitig. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Michael. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Danke. Und du? Mir geht es gut. Danke. Und du? Ich bin auch gut. Ich bin auch gut. Was gibt es zum Frühstück? Was gibt es zum Frühstück? Ich habe Rührei und Toast gemacht. Ich habe Rührei und Toast gemacht. Es klingt köstlich. Es klingt köstlich. Hol dir einen Kaffee. Hol dir einen Kaffee. Danke. Ich kann ein Glas haben. Danke. Ich kann ein Glas haben. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Nicht wirklich. Ich hatte Probleme beim Einschlafen. Nicht wirklich. Ich hatte Probleme beim Einschlafen. Vielleicht sollten Sie vor dem Schlafengehen einen Kräutertee probieren. Vielleicht sollten Sie vor dem Schlafengehen einen Kräutertee probieren. Das hört sich gut an. Ich werde es heute Abend versuchen. Das hört sich gut an. Ich werde es heute Abend versuchen. Wie war die Arbeit gestern? Wie war die Arbeit gestern? Ich war beschäftigt, habe es aber geschafft, alles zu Ende zu bringen. Ich war beschäftigt, habe es aber geschafft, alles zu Ende zu bringen. Du arbeitest immer hart. Du arbeitest immer hart. Nun, er bezahlt die Rechnungen. Nun, er bezahlt die Rechnungen. Apropos Rechnungen. Vergessen Sie nicht, diese Woche die Miete zu bezahlen. Apropos Rechnungen. Vergessen Sie nicht, diese Woche die Miete zu bezahlen. Ich werde nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen. Hast du gehört, dass Sarah verlobt ist? Hast du gehört, dass Sarah verlobt ist? Ja, ich habe es auf Facebook gesehen. Ja, ich habe es auf Facebook gesehen. Sie sind ein sehr süßes Paar. Sie sind ein sehr süßes Paar. Ja, genau so. Ja, genau so. Was hast du am Wochenende vor? Was hast du am Wochenende vor? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen. Klingt lustig. Kann ich mitmachen? Klingt lustig. Kann ich mitmachen? Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Großartig. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Großartig. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Es sieht aus wie ein Plan. Es sieht aus wie ein Plan. Hast du übrigens in letzter Zeit mit deiner Gitarre gespielt? Hast du übrigens in letzter Zeit mit deiner Gitarre gespielt? Nicht so viel, wie ich möchte. Ich war mit der Arbeit beschäftigt. Ich war mit der Arbeit beschäftigt. Dafür sollten sie sich etwas Zeit nehmen. Musik entspannt. Dafür sollten sie sich etwas Zeit nehmen. Musik entspannt. Du hast recht. Ich werde es wieder nehmen. Das Abendessen war köstlich, Michael. Das Abendessen war köstlich, Michael. Danke, Maria. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Was gibt es als Nachtisch? Was gibt es als Nachtisch? Ich habe Schokoladenkekse gemacht. Ich habe Schokoladenkekse gemacht. Sehr gut. Kann ich eins haben? Sehr gut. Kann ich eins haben? Bedienen sie sich. Bedienen sie sich. Diese sind erstaunlich. Haben sie ein spezielles Rezept verwendet? Diese sind erstaunlich. Haben sie ein spezielles Rezept verwendet? Einer der Klassiker meiner Oma. Einer der Klassiker meiner Oma. Es ist also ein Familiengeheimnis? Es ist also ein Familiengeheimnis? Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Michael, erinnerst du dich an unseren Strandausflug letzten Sommer? Michael, erinnerst du dich an unseren Strandausflug letzten Sommer? Natürlich werde ich es nie vergessen. Es war eine großartige Zeit. Es war eine großartige Zeit. Wir sollten bald eine weitere Reise planen. Wir sollten bald eine weitere Reise planen. Ich würde es lieben. Wohin sollen wir als nächstes gehen? Ich würde es lieben. Wohin sollen wir als nächstes gehen? Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Klingt abenteuerlich. Lass es uns tun. Klingt abenteuerlich. Lass es uns tun. Es ist also ein Date. Es ist also ein Date. Michael, verfolgst du die Nachrichten? Michael, verfolgst du die Nachrichten? Nicht wirklich. Ich war sehr beschäftigt. Ist etwas Wichtiges im Gange? Nicht wirklich. Ich war sehr beschäftigt. Ist etwas Wichtiges im Gange? Ja, eine große Wahl steht vor der Tür. Ja, eine große Wahl steht vor der Tür. Ah, das sollte mir auf jeden Fall bewusst sein. Ah, das sollte mir auf jeden Fall bewusst sein. Es ist wichtig, abzustimmen und unsere Stimmen gehört zu bekommen. Es ist wichtig, abzustimmen und unsere Stimmen gehört zu bekommen. Du hast recht, Maria. Ich sorge dafür, dass sie sich anmelden. Du hast recht, Maria. Ich sorge dafür, dass sie sich anmelden. Das ist der Geist. Das ist der Geist. Mary, erinnerst du dich an unser erstes Date? Mary, erinnerst du dich an unser erstes Date? Natürlich war es in diesem gemütlichen kleinen Kaffee. Natürlich war es in diesem gemütlichen kleinen Kaffee. Ich war so nervös. Ich war so nervös. Ich auch. Aber es war ein toller Abend. Ich auch. Aber es war ein toller Abend. Ich bin froh, dass wir diese Chance genutzt haben. Ich bin froh, dass wir diese Chance genutzt haben. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Mary, ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Mary, ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Was ist passiert? Was ist passiert? Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Oh mein Gott, Michael. Ja, ja, tausendmal ja. Oh mein Gott, Michael. Ja, ja, tausendmal ja. Ich bin sehr glücklich, Maria. Ich bin sehr glücklich, Maria. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Wir werden ein schönes Leben zusammen haben. Wir werden ein schönes Leben zusammen haben. Das werden wir wirklich. Das werden wir wirklich. Michael, lass uns mit etwas Champagner feiern. Michael, lass uns mit etwas Champagner feiern. Sieht aus wie ein Plan. Sieht aus wie ein Plan. Ein Hoch auf unsere Zukunft. Ein Hoch auf unsere Zukunft. Prost. Prost. Michael, wann sollten wir deiner Meinung nach heiraten? Michael, wann sollten wir deiner Meinung nach heiraten? Wie wäre es mit dem nächsten Sommer? Wie wäre es mit dem nächsten Sommer? So haben wir genügend Zeit, alles zu planen. So haben wir genügend Zeit, alles zu planen. Und es wird eine wunderschöne Hochzeit im Freien sein. Und es wird eine wunderschöne Hochzeit im Freien sein. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Michael, wir sollten alle unsere Freunde und Familie einladen. Michael, wir sollten alle unsere Freunde und Familie einladen. Auf jeden Fall gilt, je mehr, desto besser. Auf jeden Fall gilt, je mehr, desto besser. Es wird die Hochzeit des Jahres. Es wird die Hochzeit des Jahres. Ich habe keinen Zweifel. Ich habe keinen Zweifel. Michael, lass uns tanzen. Michael, lass uns tanzen. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens. Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich auch. Mary. Ich auch. Mary. Ich kann nicht glauben, dass wir heiraten. Ich kann nicht glauben, dass wir heiraten. Das ist ein wahrgewordener Traum. Das ist ein wahrgewordener Traum. Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können. Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Michael, lass uns gemeinsam alt werden. Michael, lass uns gemeinsam alt werden. Das ist der Plan, Mary. Das ist der Plan, Mary. Sonst hätte ich es nicht haben können. Sonst hätte ich es nicht haben können. Ein Hoch auf unsere Liebe. Ein Hoch auf unsere Liebe. Prost! Prost! Mary, was ist dein liebster gemeinsamer Moment? Mary, was ist dein liebster gemeinsamer Moment? Es gibt so viele, aber unsere erste Reise nach Paris sticht heraus. Es gibt so viele, aber unsere erste Reise nach Paris sticht heraus. Oh ja, der Eiffelturm und all diese Croissants. Oh ja, der Eiffelturm und all diese Croissants. Es war wie ein Märchen. Es war wie ein Märchen. Eines Tages müssen wir zurückkehren. Eines Tages müssen wir zurückkehren. Auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir unsere Kinder mitnehmen. Auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir unsere Kinder mitnehmen. Das sieht nach einem Plan aus. Das sieht nach einem Plan aus. Michael, erinnerst du dich, als wir unser erstes Haustier bekamen? Michael, erinnerst du dich, als wir unser erstes Haustier bekamen? Wie konnte ich das vergessen? Dieser kleine Welpe hat unsere Herzen gestohlen. Wie konnte ich das vergessen? Dieser kleine Welpe hat unsere Herzen gestohlen. Und wir nannten ihn Maximal. Und wir nannten ihn Maximal. Es hat so viel Glück in unser Leben gebracht. Es hat so viel Glück in unser Leben gebracht. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Ich bin auch Mary. Er war ein besonderer Teil unserer Familie. Ich bin auch Mary. Er war ein besonderer Teil unserer Familie. Besuchen wir dieses Wochenende sein Grab. Besuchen wir dieses Wochenende sein Grab. Dies ist eine sehr gute Idee. Dies ist eine sehr gute Idee. Michael, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für das Leben, das wir zusammen hatten. Michael, ich bin so dankbar für das Leben, das wir zusammen hatten. Ich bin auch Mary. Ich könnte mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich bin auch Mary. Ich könnte mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Du vervollständigst mich. Du vervollständigst mich. Michael für uns. Michael für uns. Für uns. Maria. Für uns. Maria. Ich liebe dich mehr jeden Tag. Ich liebe dich mehr jeden Tag. Und ich liebe dich immer mehr. Und ich liebe dich immer mehr. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, mein Name ist Michael. Hallo, mein Name ist Michael. Hallo Michael, mein Name ist Mary. Hallo Michael, mein Name ist Mary. Schön dich zu treffen, Mary. Schön dich zu treffen, Mary. Ich bin auch froh, Michael. Ich bin auch froh, Michael. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der zweiten Klasse. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der zweiten Klasse. In welcher Klasse bist du? Ich bin auch in der zweiten Klasse. Ich bin auch in der zweiten Klasse. Wirklich? Dann sind wir in der gleichen Klasse. Wirklich? dann sind wir in der gleichen Klasse. Ja genauso. Welche Lektion gefällt dir am besten? Ja genauso. Welche Lektion gefällt dir am besten? Am besten gefällt mir der Malkurs. In Ordnung und du? Am besten gefällt mir der Malkurs. In Ordnung und du? Ich mag den Matheunterricht. Ich mag den Matheunterricht. Ah. Ich verstehe die Mathematik nicht wirklich. Ah. Ich verstehe die Mathematik nicht wirklich. Vielleicht kann ich dir helfen? Vielleicht kann ich dir helfen? Wirklich? Ich wäre sehr zufrieden. Wirklich? Ich wäre sehr zufrieden. Natürlich. Warum nicht? Natürlich. Warum nicht? Wann können wir anfangen? Wann können wir anfangen? Wir können ab morgen beginnen. Wir können ab morgen beginnen. Großartig. Großartig. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Am liebsten zeichne ich. Am liebsten zeichne ich. Vielleicht kannst du es mir auch beibringen? Vielleicht kannst du es mir auch beibringen? Sicherlich. Zeichnen macht so viel Spaß. Sicherlich. Zeichnen macht so viel Spaß. Es wäre toll. Es wäre toll. Dann werden wir eines Tages zeichnen. Dann werden wir eines Tages zeichnen. Ja. Ich freue mich darauf. Ja. Ich freue mich darauf. Was ist also dein Lieblingsspiel? Was ist also dein Lieblingsspiel? Ich spiele gerne Verstecken. Ich spiele gerne Verstecken. Ich mag auch Verstecken. Ich mag auch Verstecken. Dann können wir vielleicht eines Tages gemeinsam Verstecken spielen. Dann können wir vielleicht eines Tages gemeinsam Verstecken spielen. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Welche Art von Büchern liest du denn gerne? Welche Art von Büchern liest du denn gerne? Ich liebe Abenteuer. Ich liebe Abenteuerbücher am meisten. Ich liebe Abenteuerbücher am meisten. Meine liebsten Abenteuerbücher. Meine liebsten Abenteuerbücher. Dann können wir gemeinsam einen Buchclub gründen. Dann können wir gemeinsam einen Buchclub gründen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Wann können wir unser erstes Date nach der Schule haben? Wann können wir unser erstes Date nach der Schule haben? Wir können es am Montag nächster Woche machen. Wir können es am Montag nächster Woche machen. Das ist toll. Das ist toll. Dann bis Montag. Dann bis Montag. Ja. Ich freue mich darauf. Ja. Ich freue mich darauf. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Mary. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Mary. Wir sehen uns morgen in der Schule. Michael. Wir sehen uns morgen in der Schule. Michael. Guten Tag. Mary. Guten Tag. Mary. Guten Tag. Michael. Guten Tag. Michael. Guten Tag. Michael. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Ich bin auch gut. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ja, habe ich. Ich schlief wie ein Baby. Ja, habe ich. Ich schlief wie ein Baby. Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Was möchtest du zum Frühstück? Was möchtest du zum Frühstück? Gib mir bitte etwas Müsli. Gib mir bitte etwas Müsli. Okay. Ich werde es für dich besorgen. Okay. Ich werde es für dich besorgen. Danke, Michael. Danke, Michael. Gern geschehen. Gern geschehen. Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Ja. Bitte. Schwarzer Kaffee, kein Zucker. Ja. Bitte. Schwarzer Kaffee, kein Zucker. Ich verstehe. Ich verstehe. Hast du gestern die Nachrichten gesehen? Hast du gestern die Nachrichten gesehen? Nein. Ich habe es verpasst. Was ist passiert? Nein. Ich habe es verpasst. Was ist passiert? In der Innenstadt brach ein Großbrand aus. In der Innenstadt brach ein Großbrand aus. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ja. War es. Viele Menschen verloren ihr Zuhause. Ja. War es. Viele Menschen verloren ihr Zuhause. Es tut mir leid für sie. Es tut mir leid für sie. Ich auch. Wir sollten helfen, wenn wir können. Ich auch. Wir sollten helfen, wenn wir können. Definitiv. Definitiv. Hier ist ihr Müsli und Kaffee. Hier ist ihr Müsli und Kaffee. Danke noch einmal. Danke noch einmal. Danke noch einmal. Gern geschehen. Genieße dein Frühstück. Gern geschehen. Genieße dein Frühstück. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Was sind ihre Pläne für heute? Was sind ihre Pläne für heute? Ich muss um 10 Uhr zur Arbeit gehen. Ich muss um 10 Uhr zur Arbeit gehen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Achte. Achte. Du hast noch etwas Zeit. Du hast noch etwas Zeit. Ja. Das tue ich. Ja. Das tue ich. Ich helfe beim Abwaschen. Ich helfe beim Abwaschen. Du bist sehr nett. Du bist sehr nett. Timwag lässt Träume wahr werden. Timwag lässt Träume wahr werden. Eigentlich. Eigentlich. Sind sie bereit für die Arbeit? Sind sie bereit für die Arbeit? Fast ich muss nur meine Tasche holen. Fast ich muss nur meine Tasche holen. Vergessen sie ihr Mittagessen nicht. Vergessen sie ihr Mittagessen nicht. Danke. Danke. Dass du es für mich gepackt hast. Danke. Dass du es für mich gepackt hast. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Du auch. Michael. Du auch. Michael. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo Michael. Es war viel los. Aber in Ordnung. Hallo Michael. Es war viel los. Aber in Ordnung. Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Es war wahr. Ich hatte viele Treffen. Es war wahr. Ich hatte viele Treffen. Besprechungen können. Besprechungen können ermüdend sein. Besprechungen können ermüdend sein. Ja. Sie können. Ja. Sie können. Was gibt es heute Abend zum Abendessen? Was gibt es heute Abend zum Abendessen? Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht. Nudeln zu machen. Ich habe darüber nachgedacht. Nudeln zu machen. Hört sich lecker an. Hört sich lecker an. Ich werde bald mit dem Kochen beginnen. Ich werde bald mit dem Kochen beginnen. Kann ich bei irgendetwas helfen? Kann ich bei irgendetwas helfen? Sie können den Tisch auch decken, wenn sie möchten. Sie können den Tisch auch decken, wenn sie möchten. Natürlich kann ich das machen. Natürlich kann ich das machen. Danke Maria. Danke Maria. Gern geschehen. Gern geschehen. Das Abendessen ist serviert. Das Abendessen ist serviert. Dieser Ort riecht großartig. Dieser Ort riecht großartig. Ich bin froh, dass du so denkst. Ich bin froh, dass du so denkst. Lass uns essen. Lass uns essen. Guten Appetit. Guten Appetit. Diese Pasta ist großartig. Diese Pasta ist großartig. Freut mich, dass es dir gefällt. Freut mich, dass es dir gefällt. Hast du ein paar Kräuter hinzugefügt? Hast du ein paar Kräuter hinzugefügt? Ja. Ich habe Basilikum und Thymian hinzugefügt. Ja. Ich habe Basilikum und Thymian hinzugefügt. Es gibt einen guten Geschmack. Es gibt einen guten Geschmack. Das habe ich von meiner Großmutter gelernt. Das habe ich von meiner Großmutter gelernt. Er muss ein großartiger Koch sein. Er muss ein großartiger Koch sein. Er. Er. Wir sollten ihn irgendwann einladen. Wir sollten ihn irgendwann einladen. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ich werde ihn morgen anrufen. Ich werde ihn morgen anrufen. Danke Maria. Danke Maria. Kein Problem. Kein Problem. Möchten Sie etwas nachtisch? Möchten Sie etwas nachtisch? Ich bin gerade so satt. Ich bin gerade so satt. Vielleicht später. Vielleicht später. Definitiv. Definitiv. Wie war dein Wochenende? Mary. Wie war dein Wochenende? Mary. Es war beruhigend. Ich habe einen Film geguckt. Es war beruhigend. Ich habe einen Film geguckt. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. Wie war der Spaziergang? Wie war der Spaziergang? Es war eine Herausforderung. Aber es hat Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bin kein großer Wanderer. Ich bin kein großer Wanderer. Das ist nicht jedermanns Sache. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich bevorzuge einen ruhigen Tag zu Hause. Ich bevorzuge einen ruhigen Tag zu Hause. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was sind unsere Pläne für den Abend? Was sind unsere Pläne für den Abend? Wir können zusammen Filme schauen. Wir können zusammen Filme schauen. Es sieht aus wie ein Plan. Es sieht aus wie ein Plan. Welchen Typ bevorzugen Sie? Welchen Typ bevorzugen Sie? Ich mag romantische Komödien. Ich mag romantische Komödien. Ich kann einen für uns finden. Ich kann einen für uns finden. Großartig. 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 Ich mache auch Popcorn. Ich mache auch Popcorn. Du denkst an alles. Du denkst an alles. Ich versuche nur, es zu etwas Besonderem zu machen. Ich versuche nur, es zu etwas Besonderem zu machen. Du bist süß. Du bist süß. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben. Der Film war sehr lustig. Der Film war sehr lustig. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Danke auch für das Popcorn. Danke auch für das Popcorn. Jederzeit. Jederzeit. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es wird spät, gegen elf Uhr. Es wird spät, gegen elf Uhr. Ich sollte etwas schlafen. Ich sollte etwas schlafen. Ich begleite sie zu ihrem Zimmer. Ich begleite sie zu ihrem Zimmer. Das ist ein sehr höfliches Verhalten. Das ist ein sehr höfliches Verhalten. Ich suche nur dich. Ich suche nur dich. Gute Nacht, Michael. Gute Nacht, Michael. Gute Nacht, Mary. Gute Nacht, Mary. Michael, würdest du mir das Salz reichen? Michael, würdest du mir das Salz reichen? Natürlich bist du. Natürlich bist du. Danke. Danke. Gern geschehen. Gern geschehen. Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Ich dachte daran, mich zu beruhigen. Nicht wirklich. Ich dachte daran, mich zu beruhigen. Das hört sich gut an. Vielleicht können wir im Park spazieren gehen. Das ist eine gute Idee. Ich brauche etwas frische Luft. Das ist eine gute Idee. Ich brauche etwas frische Luft. Perfekt. Lasst uns den Samstagnachmittag planen. Perfekt. Lasst uns den Samstagnachmittag planen. Es sieht aus wie ein Plan. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Es sieht aus wie ein Plan. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es mit 14 Uhr nachmittags? Wie wäre es mit 14 Uhr nachmittags? 14 Uhr funktioniert für mich. Bis später. 14 Uhr funktioniert für mich. Bis später. Wir sehen uns am Samstag. Wir sehen uns am Samstag. Mary, warst du schon einmal im neuen Café in der Innenstadt? Mary, warst du schon einmal im neuen Café in der Innenstadt? Nein, habe ich nicht. Ist es eine gute Sache? Nein, habe ich nicht. Ist es eine gute Sache? Ich habe gehört, dass es wirklich schön ist. Möchtest du es dieses Wochenende mit mir ausprobieren? Das klingt nach einer lustigen Idee, Michael. Michael, an welchen Tag und welche Uhrzeit haben Sie gedacht? Das klingt nach einer lustigen Idee, Michael. An welchen Tag und welche Uhrzeit haben Sie gedacht? Wie wäre es mit etwa 15 Uhr an einem Sonntagnachmittag? Wie wäre es mit etwa 15 Uhr an einem Sonntagnachmittag? Bei mir funktioniert es sonntags um 15 Uhr. Ich freue mich darauf. Bei mir funktioniert es sonntags um 15 Uhr. Ich freue mich darauf. Großartig. Es ist ein Date. Großartig. Es ist ein Date. Michael, ich habe aufregende Neuigkeiten zu teilen. Michael, ich habe aufregende Neuigkeiten zu teilen. Was ist passiert, Maria? Was ist passiert, Maria? Ich wurde heute bei der Arbeit befördert. Ich wurde heute bei der Arbeit befördert. Wow, das sind tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch, Maria. Wow, das sind tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch, Maria. Vielen Dank, Michael. Ich bin wirklich zufrieden damit. Vielen Dank, Michael. Ich bin wirklich zufrieden damit. Dafür hast du hart gearbeitet und du hast es verdient. Dafür hast du hart gearbeitet und du hast es verdient. Vielen Dank für deine Unterstützung, Michael. Vielen Dank für deine Unterstützung, Michael. Lasst uns dieses Wochenende feiern. Das Abendessen geht auf mich. Lasst uns dieses Wochenende feiern. Das Abendessen geht auf mich. Klingt großartig, Michael. Ich kann es kaum erwarten. Klingt großartig, Michael. Ich kann es kaum erwarten. Mary. Hast du irgendwelche Pläne für die Sommerferien? Mary. Hast du irgendwelche Pläne für die Sommerferien? Noch nicht. Michael. Ich überlege immer noch, wohin ich gehen soll. Noch nicht. Michael. Ich überlege immer noch, wohin ich gehen soll. Wie wäre es mit einem Strandausflug? Wir können entspannen und Sonnen baden. Wie wäre es mit einem Strandausflug? Wir können entspannen und Sonnen baden. Das klingt sehr verlockend. Welchen Strand erwägen Sie? Das klingt sehr verlockend. Welchen Strand erwägen Sie? Etwa vier Stunden entfernt gibt es einen sehr schönen. Es heißt Seaside Beach. Etwa vier Stunden entfernt gibt es einen sehr schönen. Es heißt Seaside Beach. Dann ist Seaside Beach genau das Richtige für Sie. Planen wir für Juli. Dann ist Seaside Beach genau das Richtige für Sie. Planen wir für Juli. Es ist Juli. Ich werde mit der Suche nach einer Unterkunft beginnen. Ich werde mit der Suche nach einer Unterkunft beginnen. Danke Michael. Das wird ein toller Urlaub. Danke Michael. Das wird ein toller Urlaub. Ich kann es kaum erwarten, mit dir an den Strand zu gehen. Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir an den Strand zu gehen. Mary. Michael. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal im Museum war. Wie wäre es mit einem Besuch dieses Wochenende? Es ist lange her, dass ich das letzte Mal im Museum war. Wie wäre es mit einem Besuch dieses Wochenende? Das ist eine tolle Idee, Mary. Ich liebe Kunst und Geschichte. Das ist eine tolle Idee, Mary. Ich liebe Kunst und Geschichte. Wunderbar. Wir können am Samstagmorgen gehen. Das Museum öffnet um 10 Uhr. Wunderbar. Wir können am Samstagmorgen gehen. Das Museum öffnet um 10 Uhr. Es sieht aus wie ein Plan. Ich hole dich um 9 Uhr morgens ab. Es sieht aus wie ein Plan. Ich hole dich um 9 Uhr morgens ab. Perfekt. Ich werde bereit sein. Perfekt. Ich werde bereit sein. Ich freue mich darauf, mit Ihnen das Museum zu erkunden. Ich freue mich darauf, mit Ihnen das Museum zu erkunden. Es wird ein lehrreicher und unterhaltsamer Tag, Michael. Es wird ein lehrreicher und unterhaltsamer Tag, Michael. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem italienischen Kochabend? Wie wäre es dieses Wochenende mit einem italienischen Kochabend? Scheint eine lustige Idee zu sein. Welches italienische Gericht sollen wir kochen? Lass uns hausgemachte Pizza machen. Es ist einfach und lecker. Lass uns hausgemachte Pizza machen. Es ist einfach und lecker. Dann ist das hausgemachte Pizza. Wann soll ich kommen? Dann ist das hausgemachte Pizza. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? 18 Uhr funktioniert für mich. Ich bringe etwas Wein mit. 18 Uhr funktioniert für mich. Ich bringe etwas Wein mit. Großartig! Es wird ein köstlicher Abend, Mary. Großartig! Es wird ein köstlicher Abend, Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir Pizza zu kochen und zu genießen, Michael. Mary. Hast du irgendwelche Pläne für das lange Wochenende? Mary. Hast du irgendwelche Pläne für das lange Wochenende? Noch nicht. Michael. Haben Sie Vorschläge? Noch nicht. Michael. Haben Sie Vorschläge? Wie wäre es mit einem Tagesausflug in die Berge zum Wandern und an der frischen Luft? Wie wäre es mit einem Tagesausflug in die Berge zum Wandern und an der frischen Luft? Scheint eine tolle Idee zu sein. Wann sollen wir gehen? Scheint eine tolle Idee zu sein. Wann sollen wir gehen? Am Freitag beginnt das lange Wochenende. Wir können am Samstagmorgen gehen. Am Freitag beginnt das lange Wochenende. Wir können am Samstagmorgen gehen. Samstagmorgen ist es. Ich werde ein Picknick vorbereiten. Samstagmorgen ist es. Ich werde ein Picknick vorbereiten. Es wird ein unvergesslicher Tag sein. Mary. Es wird ein unvergesslicher Tag sein. Mary. Ich freue mich darauf, mit dir die Berge zu erkunden. Michael. Ich freue mich darauf, mit dir die Berge zu erkunden. Michael. Mary. Welche Art von Musik magst du? Mary. Welche Art von Musik magst du? Ich höre gerne alle Arten von Musik, von Pop bis Klassik. Ich höre gerne alle Arten von Musik, von Pop bis Klassik. Das ist schön zu hören. Wie wäre es, dieses Wochenende zum Konzert zu gehen? Das ist schön zu hören. Wie wäre es, dieses Wochenende zum Konzert zu gehen? Das würde mir gefallen, Michael. Wer tritt auf? Das würde mir gefallen, Michael. Wer tritt auf? Am Samstagabend spielt eine Jazz-Band. Interessiert? Am Samstagabend spielt eine Jazz-Band. Interessiert? Ich wollte schon immer ein Jazz-Konzert besuchen. Zähl mich auch. Ich wollte schon immer ein Jazz-Konzert besuchen. Zähl mich auch. Wunderbar. Ich kaufe die Karten und wir können vor dem Konzert zu Abend essen. Wunderbar. Ich kaufe die Karten und wir können vor dem Konzert zu Abend essen. Es wird ein toller Abend, Michael. Es wird ein toller Abend, Michael. Ich kann es kaum erwarten, großartige Musik mit dir zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, großartige Musik mit dir zu genießen, Mary. Michael. Was machst du am liebsten an einem regnerischen Tag? Michael. Was machst du am liebsten an einem regnerischen Tag? Ich lese gerne ein gutes Buch oder schaue mir zu Hause einen Film an. Es klingt angenehm. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende einen Filmmarathon veranstalten? Es klingt angenehm. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende einen Filmmarathon veranstalten? Ich bin bereit dafür, Mary. Welche Art von Filmen bevorzugen sie? Ich bin bereit dafür, Mary. Welche Art von Filmen bevorzugen sie? Wie wäre es mit einer Mischung aus Comedy und Spannung? Es sieht aus wie ein Plan. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Es sieht aus wie ein Plan. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Es wird ein entspannter Tag, Michael. Es wird ein entspannter Tag, Michael. Ich freue mich auf unseren Filmmarathon, Mary. Michael, magst du Outdoor-Aktivitäten? Ja, das tue ich. Ich genieße Wandern und Radfahren. Ja, das tue ich. Ich genieße Wandern und Radfahren. Großartig! Lasst uns dieses Wochenende eine Radtour machen. Großartig! Lasst uns dieses Wochenende eine Radtour machen. Ich bin eine Weile nicht mehr Fahrrad gefahren. Wohin sollen wir gehen? Ich bin eine Weile nicht mehr Fahrrad gefahren. Wohin sollen wir gehen? Es gibt einen schönen Weg am Fluss entlang. Von dort aus können wir beginnen. Es gibt einen schönen Weg am Fluss entlang. Von dort aus können wir beginnen. Sieht nach einem Regenerationsplan aus, Mary. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Sieht nach einem Regenerationsplan aus, Mary. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Treffen wir uns am Sonntag um 10 Uhr. Treffen wir uns am Sonntag um 10 Uhr. Sonntag morgen um 10 Uhr. Ich werde mein Fahrrad mitbringen. Sonntag morgen um 10 Uhr. Ich werde mein Fahrrad mitbringen. Es wird eine lustige Fahrt, Michael. Es wird eine lustige Fahrt, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir auf die Reise zu gehen, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir auf die Reise zu gehen, Mary. Michael, warst du schon einmal im Zoo unserer Stadt? Michael, warst du schon einmal im Zoo unserer Stadt? Nein, das war ich noch nicht, aber ich würde gerne hingehen. Nein, das war ich noch nicht, aber ich würde gerne hingehen. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Zoobesuch? Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Zoobesuch? Das scheint eine großartige Idee zu sein, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Das scheint eine großartige Idee zu sein, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Der Samstag funktioniert für mich. Das Wetter sieht gut aus. Der Samstag funktioniert für mich. Das Wetter sieht gut aus. Samstag ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Samstag ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Ich kann es kaum erwarten, alle Tiere mit dir zu sehen, Michael. Ich kann es kaum erwarten, alle Tiere mit dir zu sehen, Michael. Es wird ein aufregender Tag, Mary. Es wird ein aufregender Tag, Mary. Michael, kochst du gerne zusammen? Michael, kochst du gerne zusammen? Ich will Maria. Das ist sehr lustig. Ich will Maria. Das ist sehr lustig. Möchtest du dieses Wochenende einmal Sushi zubereiten? Möchtest du dieses Wochenende einmal Sushi zubereiten? Sushi hört sich lecker an. Ich habe es noch nie gemacht. Sushi hört sich lecker an. Ich habe es noch nie gemacht. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen die Grundlagen zeigen. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen die Grundlagen zeigen. Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 17 Uhr am Samstag? Wie wäre es mit 17 Uhr am Samstag? 17 Uhr funktioniert für mich. Ich freue mich darauf. 17 Uhr funktioniert für mich. Ich freue mich darauf. Das wird ein Sushi-Abenteuer, Michael. Das wird ein Sushi-Abenteuer, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit dir Sushi zu essen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir Sushi zu essen, Mary. Michael, gehst du gerne ins Theater? Michael, gehst du gerne ins Theater? Ja, das tue ich. Ich genieße live Auftritte. Ja, das tue ich. Ich genieße live Auftritte. Wie wäre es, wenn Sie sich dieses Wochenende ein Theaterstück ansehen? Wie wäre es, wenn Sie sich dieses Wochenende ein Theaterstück ansehen? Das scheint eine großartige Idee zu sein, Mary. Worum geht es in dem Spiel? Das scheint eine großartige Idee zu sein, Mary. Worum geht es in dem Spiel? Es ist eine klassische Komödie und ich habe gehört, dass sie wirklich lustig ist. Komödie klingt großartig. Wann fangt das Theaterstück an? Komödie klingt großartig. Wann fangt das Theaterstück an? Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr. Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr. 19 Uhr funktioniert für mich. Ich werde die Tickets buchen. 19 Uhr funktioniert für mich. Ich werde die Tickets buchen. Es wird ein lustiger Abend, Michael. Es wird ein lustiger Abend, Michael. Ich freue mich darauf, das Stück mit dir zu sehen, Mary. Ich freue mich darauf, das Stück mit dir zu sehen, Mary. Michael. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Picknick? Michael. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Picknick? Picknick hört sich gut an, Mary. Wohin sollen wir gehen? Picknick hört sich gut an, Mary. Wohin sollen wir gehen? In der Nähe gibt es einen wunderschönen Park mit einem See. Perfekt für ein Picknick. In der Nähe gibt es einen wunderschönen Park mit einem See. Perfekt für ein Picknick. Scheint ein toller Ort zu sein. An welchem Tag sollen wir gehen? Scheint ein toller Ort zu sein. An welchem Tag sollen wir gehen? Etwa 13 Uhr an einem Sonntagnachmittag sollte perfekt sein. Etwa 13 Uhr an einem Sonntagnachmittag sollte perfekt sein. Sonntag um 13 Uhr. Ich mache ein paar Sandwiches. Sonntag um 13 Uhr. Ich mache ein paar Sandwiches. Es wird ein entspannter Tag im Park, Michael. Es wird ein entspannter Tag im Park, Michael. Ich freue mich auf unser Picknick, Mary. Ich freue mich auf unser Picknick, Mary. Michael, warst du schon einmal in einer Kunstgalerie? Michael, warst du schon einmal in einer Kunstgalerie? Ja, ich war schon bei einigen. Ich schätze die Kunst. Ja, ich war schon bei einigen. Ich schätze die Kunst. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Besuch der Kunstgalerie im Stadtzentrum? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Perfekter Samstagmorgen. Die Galerie öffnet um 10 Uhr. Perfekter Samstagmorgen. Die Galerie öffnet um 10 Uhr. Samstag um 10 Uhr. Ich freue mich darauf, mit Ihnen etwas Kunst zu sehen. Samstag um 10 Uhr. Ich freue mich darauf, mit Ihnen etwas Kunst zu sehen. Es wird ein inspirierender Morgen, Michael. Es wird ein inspirierender Morgen, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir die Kunstgalerie zu erkunden, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir die Kunstgalerie zu erkunden, Mary. Michael, gehst du gerne zu Live-Konzerten? Michael, gehst du gerne zu Live-Konzerten? Ja, das tue ich. Live-Musik ist immer ein tolles Erlebnis. Ja, das tue ich. Live-Musik ist immer ein tolles Erlebnis. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Rock-Konzert? Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Rock-Konzert? Ein Rock-Konzert klingt aufregend, Mary. Wer tritt auf? Ein Rock-Konzert klingt aufregend, Mary. Wer tritt auf? Am Samstagabend spielt eine lokale Band. Es sollte Spaß machen. Am Samstagabend spielt eine lokale Band. Es sollte Spaß machen. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Es wird eine unvergessliche Nacht, Michael. Es wird eine unvergessliche Nacht, Michael. Ich kann es kaum erwarten, Spaß mit dir zu haben, Mary. Ich kann es kaum erwarten, Spaß mit dir zu haben, Mary. Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Nein, das habe ich nicht, aber es sieht nach Spaß aus. Nein, das habe ich nicht, aber es sieht nach Spaß aus. Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Michael, kochst du gerne internationale Küche? Michael, kochst du gerne internationale Küche? Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Michael, warst du schon einmal in einer Comedy Show? Michael, warst du schon einmal in einer Comedy Show? Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Michael, besuchst du gerne historische Orte? Michael, besuchst du gerne historische Orte? Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Wie wäre es, dieses Wochenende ins historische Museum zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende ins historische Museum zu gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Nein, das habe ich nicht, aber es sieht nach Spaß aus. Nein, das habe ich nicht, aber es sieht nach Spaß aus. Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Michael, kochst du gerne internationale Küche? Michael, kochst du gerne internationale Küche? Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Michael, warst du schon einmal in einer Comedy Show? Michael, warst du schon einmal in einer Comedy Show? Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Michael, besuchst du gerne historische Orte? Michael, besuchst du gerne historische Orte? Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Wie wäre es, dieses Wochenende ins historische Museum zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende ins historische Museum zu gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Nein, das habe ich nicht, aber es sieht nach Spaß aus. Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Michael, kochst du gerne internationale Küche? Michael, kochst du gerne internationale Küche? Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Michael, warst du schon einmal in einer Comedy Show? Michael, warst du schon einmal in einer Comedy Show? Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Michael, besuchst du gerne historische Orte? Michael, besuchst du gerne historische Orte? Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Wie wäre es, dieses Wochenende ins historische Museum zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende ins historische Museum zu gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Michael, hast du schon einmal Paddleboarding ausprobiert? Nein, das habe ich nicht. Aber es sieht nach Spaß aus. Nein, das habe ich nicht. Aber es sieht nach Spaß aus. Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Wie möchtest du es dieses Wochenende am See ausprobieren? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Paddleboarding klingt abenteuerlich, Mary. Wann sollen wir gehen? Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Treffen wir uns am Sonntag gegen 11 Uhr am See. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Sonntag um 11 Uhr. Ich freue mich darauf, Paddleboarding auszuprobieren. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Es wird ein toller Tag auf dem Wasser, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir zu paddeln, Mary. Michael, kochst du gerne internationale Küche? Michael, kochst du gerne internationale Küche? Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Ja, das tue ich. Es ist immer spannend, neue Gerichte auszuprobieren. Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Wie wäre es, dieses Wochenende Thai Curry zuzubereiten? Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Thai Curry hört sich köstlich an, Mary. Ich habe es noch nie gemacht. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Es ist nicht sehr schwierig und ich kann Ihnen das Rezept zeigen. Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Das sieht nach einem Plan aus. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? Wie wäre es mit 18 Uhr am Samstag? 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. 18 Uhr funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, das Thai Curry zu probieren. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Es wird ein köstlicher Abend, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu kochen und Thai Curry zu genießen, Mary. Michael. Warst du schon einmal in einer Comedy Show? Michael. Warst du schon einmal in einer Comedy Show? Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Ja, habe ich. Ich liebe gutes Lachen. Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende in einen Comedy Club zu gehen? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Der Comedy Club klingt großartig, Mary. Wer tritt auf? Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Am Samstagabend betritt ein berühmter Komiker die Bühne. Es muss so lustig sein. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Samstagabend ist es. Ich besorge die Eintrittskarten. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Es wird eine Nacht voller Lachen, Michael. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Ich kann es kaum erwarten, eine Komödie mit dir zu genießen, Mary. Michael, besuchst du gerne historische Orte? Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Ja, das tue ich. Ich finde Geschichte faszinierend. Wie wäre es, dieses Wochenende ins Historische Museum zu gehen? Wie wäre es, dieses Wochenende ins Historische Museum zu gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Das ist eine tolle Idee, Mary. An welchem Tag sollen wir gehen? Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Perfekt an einem Samstagnachmittag. Das Museum verfügt über erstaunliche Ausstellungen. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es ist Samstagnachmittag. Ich werde bereit sein. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Es wird ein lehrreicher und interessanter Besuch sein, Michael. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Ich freue mich darauf, mit dir die Geschichte zu erkunden, Mary. Michael hatte ein tolles Wochenende voller lustiger Aktivitäten. Michael hatte ein tolles Wochenende voller lustiger Aktivitäten. Ja, das hat es, Mary. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir. Ja, das hat es, Mary. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir. Ich bin Michael. Lasst uns gemeinsam weitere Abenteuer planen. Ich bin Michael. Lasst uns gemeinsam weitere Abenteuer planen. Auf jeden Fall, Maria. Ich freue mich darauf. Auf jeden Fall, Maria. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie läuft heute alles? Guten Morgen, Maria. Wie läuft heute alles? Guten Morgen, Michael. Es war bisher ein arbeitsreicher Tag. Wir haben viele Fahrzeuge, die darauf warten, repariert zu werden. Guten Morgen, Michael. Es war bisher ein arbeitsreicher Tag. Wir haben viele Fahrzeuge, die darauf warten, repariert zu werden. Ich verstehe. Beginnen wir mit der blauen Limousine dort drüben. Es sind ein Ölwechsel und ein Reifenwechsel erforderlich. Ich verstehe. Beginnen wir mit der blauen Limousine dort drüben. Es sind ein Ölwechsel und ein Reifenwechsel erforderlich. Selbstverständlich werde ich den Papierkram dafür vorbereiten. Übrigens. Haben Sie schon von der bevorstehenden Firmenversammlung gehört? Selbstverständlich werde ich den Papierkram dafür vorbereiten. Übrigens. Haben Sie schon von der bevorstehenden Firmenversammlung gehört? Ja. Habe ich. Es ist für nächsten Dienstag geplant, oder? Ja. Habe ich. Es ist für nächsten Dienstag geplant, oder? Das ist wahr. Sie besprechen das Budget und die neue Marketingstrategie. Das ist wahr. Sie besprechen das Budget und die neue Marketingstrategie. Ich denke, wir sollten eine Präsentation über die Leistung unserer Abteilung vorbereiten. Es könnte eine großartige Gelegenheit sein, unsere jüngsten Erfolge vorzustellen. Ich denke, wir sollten eine Präsentation über die Leistung unserer Abteilung vorbereiten. Es könnte eine großartige Gelegenheit sein, unsere jüngsten Erfolge vorzustellen. Das ist eine gute Idee. Michael. Gleich nachdem wir mit der blauen Limousine fertig sind, beginne ich mit der Arbeit an der Präsentation. Das ist eine gute Idee. Michael. Gleich nachdem wir mit der blauen Limousine fertig sind, beginne ich mit der Arbeit an der Präsentation. Großartig. Mary. Stellen wir sicher, dass es informativ und optisch ansprechend ist. Großartig. Mary. Stellen wir sicher, dass es informativ und optisch ansprechend ist. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Nach der Präsentation können wir unsere Wochenendpläne besprechen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Nach der Präsentation können wir unsere Wochenendpläne besprechen. Sieht aus wie ein Plan. Ich habe gehört, dass in der Stadt ein neues italienisches Restaurant eröffnet wurde. Wie wäre es, wenn du es am Samstag versuchst? Wie wäre es, wenn du es am Samstag versuchst? Es klingt so lecker. Beziehe mich mit ein. Samstagabend im italienischen Restaurant. Es klingt so lecker. Beziehe mich mit ein. Samstagabend im italienischen Restaurant. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie läuft alles? Guten Morgen Maria. Wie läuft alles? Guten Morgen Michael. Die Dinge laufen gut. Ich arbeite an den Softwareanforderungen. Guten Morgen Michael. Die Dinge laufen gut. Ich arbeite an den Softwareanforderungen. Das ist schön zu hören. Haben Sie Fortschritte gemacht? Das ist schön zu hören. Haben Sie Fortschritte gemacht? Ja. Ich habe die grundlegenden Anforderungen dargelegt. Aber ich benötige Ihr Feedback zu einigen Punkten. Ja. Ich habe die grundlegenden Anforderungen dargelegt. Aber ich benötige Ihr Feedback zu einigen Punkten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Was willst du? Natürlich helfe ich gerne weiter. Was willst du? Zunächst muss ich die Zielgruppe dieser Software kennen. Zunächst muss ich die Zielgruppe dieser Software kennen. Unsere Zielgruppe sind vor allem kleine Unternehmen. Unsere Zielgruppe sind vor allem kleine Unternehmen. Ich verstehe als nächstes benötige ich eine Klarstellung zum Budget für dieses Projekt. Wir haben ein Entwicklungsbudget von 100.000 US-Dollar. Wir haben ein Entwicklungsbudget von 100.000 US-Dollar. Perfekt. Lassen Sie uns nun den Zeitplan besprechen. Was ist unsere Frist? Perfekt. Lassen Sie uns nun den Zeitplan besprechen. Was ist unsere Frist? Innerhalb von drei Monaten sollten wir einen funktionierenden Prototyp haben. Drei Monate. Okay. Ich werde meinen Plan entsprechend gestalten. Drei Monate. Okay. Ich werde meinen Plan entsprechend gestalten. Großartig. Kommen wir zu den Funktionen. Was sind die Must-Haves? Großartig. Kommen wir zu den Funktionen. Was sind die Must-Haves? Wir benötigen Benutzer-Authentifizierung, Datenspeicherung und Berichtsfunktionen. Wir benötigen Benutzer-Authentifizierung, Datenspeicherung und Berichtsfunktionen. Was ist mit Must-Haves? Was ist mit Must-Haves? Es wäre schön, eine Integration mit Tools von Dritthandbietern und einen mobilen Zugriff zu haben. Okay. Lasst uns zuerst das Wesentliche priorisieren. Annahme. Ich werde mit der Arbeit an den detaillierten Spezifikationen beginnen. Annahme. Ich werde mit der Arbeit an den detaillierten Spezifikationen beginnen. Großartig. Wir sollten auch die Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum berücksichtigen. Großartig. Wir sollten auch die Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum berücksichtigen. Ja. Wir werden die Architektur unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwerfen. Ja. Wir werden die Architektur unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwerfen. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Ja. Wir sollten regelmäßige Fortschrittsbesprechungen abhalten. Um den Überblick über unsere Meilensteine zu behalten. Ja. Wir sollten regelmäßige Fortschrittsbesprechungen abhalten. Um den Überblick über unsere Meilensteine zu behalten. Gute Idee. Wie wäre es mit einem wöchentlichen Status Update Meeting? Gute Idee. Wie wäre es mit einem wöchentlichen Status Update Meeting? Wöchentlich hört sich gut an. Ich werde unser erstes Treffen für nächsten Montag planen. Wöchentlich hört sich gut an. Ich werde unser erstes Treffen für nächsten Montag planen. Es sieht aus wie ein Plan. Danke Maria. Es sieht aus wie ein Plan. Danke Maria. Danke Michael. Ich beginne mit dem Anforderungsdokument. Danke Michael. Ich beginne mit dem Anforderungsdokument. Perfekt. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen. Perfekt. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Meriem. Wie geht es dir? Hallo Meriem. Wie geht es dir? Hallo Michael. Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Hallo Michael. Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Nicht schlecht. Danke. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ja ich weiß was du meinst. Die Arbeit kann sehr hektisch sein. Ja ich weiß was du meinst. Die Arbeit kann sehr hektisch sein. Definitiv. Wie auch immer. Ich bin in die Bibliothek gekommen, um für ein Projekt zu recherchieren. Definitiv. Wie auch immer. Ich bin in die Bibliothek gekommen, um für ein Projekt zu recherchieren. Wow interessant. Worum geht es in ihrem Projekt? Wow interessant. Worum geht es in ihrem Projekt? Es geht um erneuerbare Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Es geht um erneuerbare Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Das scheint wichtig zu sein. Finden sie die Informationen, die sie benötigen? Das scheint wichtig zu sein. Finden sie die Informationen, die sie benötigen? Ja. Ich habe einige nützliche Bücher und Artikel gefunden. In Ordnung und du? Was führt sie heute in die Bibliothek? Ja. Ich habe einige nützliche Bücher und Artikel gefunden. In Ordnung und du? Was führt sie heute in die Bibliothek? Ich kam, um ein Buch abzuholen, das ich reserviert hatte. Es war ein Roman, den ich schon lange lesen wollte. Ich kam, um ein Buch abzuholen, das ich reserviert hatte. Es war ein Roman, den ich schon lange lesen wollte. Es ist gut. Es ist auch immer gut, in der Freizeit Bücher zu lesen. Wie heißt das Buch? Es ist gut. Es ist auch immer gut, in der Freizeit Bücher zu lesen. Wie heißt das Buch? Es heißt, Stiller Garten. Dies ist ein Kriminalroman. Es heißt, Stiller Garten. Dies ist ein Kriminalroman. Hört sich interessant an. Sagen Sie mir, wie es Ihnen gefällt, wenn Sie fertig sind. Hört sich interessant an. Sagen Sie mir, wie es Ihnen gefällt, wenn Sie fertig sind. Wird machen. Wie geht es deiner Familie? Wird machen. Wie geht es deiner Familie? Es geht Ihnen gut, danke. Mama und Papa haben letzte Woche ihr Jubiläum gefeiert. Es geht Ihnen gut, danke. Mama und Papa haben letzte Woche ihr Jubiläum gefeiert. Das ist so süß. Bitte leiten Sie meine Glückwünsche an Sie weiter. Das ist so süß. Bitte leiten Sie meine Glückwünsche an Sie weiter. Werde ich, danke. Was ist mit deiner Familie? Werde ich, danke. Was ist mit deiner Familie? Danke, dass du gefragt hast. Meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen. Also freuen wir uns alle darüber. Danke, dass du gefragt hast. Meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen. Also freuen wir uns alle darüber. Wir gratulieren ihm. Tante zu sein muss aufregend sein. Wir gratulieren ihm. Tante zu sein muss aufregend sein. Es ist sicherlich. Wie auch immer. Ich muss los und mein Buch holen. Es war schön. Auf dem Laufenden zu bleiben. Michael. Es ist sicherlich. Wie auch immer. Ich muss los und mein Buch holen. Es war schön. Auf dem Laufenden zu bleiben. Michael. Du auch. Du auch. Mary. Genießen sie ihr Buch und treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee. Du auch. Mary. Genießen sie ihr Buch und treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee. Es sieht aus wie ein Plan. Seien sie vorsichtig. Es sieht aus wie ein Plan. Seien sie vorsichtig. Du auch. Mary. Tschüss. Du auch. Mary. Tschüss. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Ist dieser Platz belegt? Hallo Mary. Ist dieser Platz belegt? Nein. Es ist kostenlos. Du kannst hier sitzen. Nein. Es ist kostenlos. Du kannst hier sitzen. Danke. Ich habe gerade den vorherigen Bus verpasst. Danke. Ich habe gerade den vorherigen Bus verpasst. Das ist sehr bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich. Ja. Ich musste rennen, um das zu fangen. Ja. Ich musste rennen, um das zu fangen. Ich hoffe, sie haben nichts Wichtiges verpasst. Ich hoffe, sie haben nichts Wichtiges verpasst. Es ist nur ein Treffen. Aber es kann verschoben werden. Es ist nur ein Treffen. Aber es kann verschoben werden. Dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Wie läuft übrigens dein Tag? Wie läuft übrigens dein Tag? Es war intensiv. Aber nichts Außergewöhnliches. Es war intensiv. Aber nichts Außergewöhnliches. Ich verstehe. Fahren Sie jeden Tag mit diesem Bus? Ich verstehe. Fahren Sie jeden Tag mit diesem Bus? Ja. Ich pendle dafür zur Arbeit. Ja. Ich pendle dafür zur Arbeit. Das ist praktisch. Ich benutze es gelegentlich. Das ist praktisch. Ich benutze es gelegentlich. Für mich kostengünstig. Für mich kostengünstig. Ich sollte darüber nachdenken, es öfter einzunehmen. Ich sollte darüber nachdenken, es öfter einzunehmen. Sie sind ihr Eigentum. Es ist auch besser für die Umwelt. Sie sind ihr Eigentum. Es ist auch besser für die Umwelt. Du hast recht. Ich werde darüber nachdenken. Du hast recht. Ich werde darüber nachdenken. Habt ihr Pläne für den Abend? Habt ihr Pläne für den Abend? Nicht wirklich. Nur ein paar Besorgungen zu erledigen. Nicht wirklich. Nur ein paar Besorgungen zu erledigen. Ebenso muss ich Lebensmitteleinkäufe erledigen. Ebenso muss ich Lebensmitteleinkäufe erledigen. Vielleicht sollten wir uns das Auto irgendwann teilen. Vielleicht sollten wir uns das Auto irgendwann teilen. Das ist eine gute Idee. Es spart Geld und reduziert Emissionen. Das ist eine gute Idee. Es spart Geld und reduziert Emissionen. Ich bin froh, dass du so denkst. Ich bin froh, dass du so denkst. Haben Sie in letzter Zeit eine gute Fernsehsendung gesehen? Haben Sie in letzter Zeit eine gute Fernsehsendung gesehen? Ich habe eine neue Serie auf Netflix gestartet. Sehr interessant. Ich habe eine neue Serie auf Netflix gestartet. Sehr interessant. Um was geht es hierbei? Um was geht es hierbei? Ein Krimidrama, das in New York spielt. Ein Krimidrama, das in New York spielt. Hört sich interessant an. Ich kann überprüfen. Hört sich interessant an. Ich kann überprüfen. Lassen Sie es mich wissen, wenn ja, dann können wir es besprechen. Lassen Sie es mich wissen, wenn ja, dann können wir es besprechen. Ich werde dies tun. Ich werde dies tun. Hast du irgendwelche Hobbys? Hast du irgendwelche Hobbys? In meiner Freizeit male und lese ich gerne Bücher. In meiner Freizeit male und lese ich gerne Bücher. Das ist toll. Früher habe ich Gitarre gespielt. Aber in letzter Zeit finde ich keine Zeit mehr. Das ist toll. Früher habe ich Gitarre gespielt. Aber in letzter Zeit finde ich keine Zeit mehr. Du solltest es dir noch einmal besorgen, wenn du kannst. Du solltest es dir noch einmal besorgen, wenn du kannst. Ich vermisse. Ich denke drüber nach. Ich vermisse. Ich denke drüber nach. Hier ist meine Haltestelle. Es war schön, mit ihnen zu plaudern. Hier ist meine Haltestelle. Es war schön, mit ihnen zu plaudern. Das gleiche gilt hier, Mary. Einen schönen Tag noch. Das gleiche gilt hier, Mary. Einen schönen Tag noch. Du auch, Michael. Seien sie vorsichtig. Du auch, Michael. Seien sie vorsichtig. Tschüss. 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 Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Danke. Es war eine arbeitsreiche Woche. Es war eine arbeitsreiche Woche. Es war eine arbeitsreiche Woche. Ich weiß, was du meinst. Auch für mich war es intensiv. Ich weiß, was du meinst. Auch für mich war es intensiv. Lasst uns ein wenig entspannen. Wie wäre es mit einem Drink an der Bar? Lasst uns ein wenig entspannen. Wie wäre es mit einem Drink an der Bar? Das klingt nach einer tollen Idee. Was möchtest du? Das klingt nach einer tollen Idee. Was möchtest du? Lass mich bitte ein Bier trinken. Lass mich bitte ein Bier trinken. Natürlich trinke ich ein Glas Wein. Natürlich trinke ich ein Glas Wein. Mary, hast du in letzter Zeit irgendwelche Ausflüge unternommen? Mary, hast du in letzter Zeit irgendwelche Ausflüge unternommen? Nein, nicht bald. Ich war sehr beschäftigt mit meiner Arbeit. Nein, nicht bald. Ich war sehr beschäftigt mit meiner Arbeit. Ich verstehe manchmal ist es wichtig, eine Pause zu machen. Ich verstehe manchmal ist es wichtig, eine Pause zu machen. Du hast recht, Michael. Wohin möchten sie als nächstes reisen? Du hast recht, Michael. Wohin möchten sie als nächstes reisen? Ich wollte schon immer Europa bereisen. In Ordnung und du? Ich wollte schon immer Europa bereisen. In Ordnung und du? Europa klingt großartig. Ich würde gerne Italien entdecken. Europa klingt großartig. Ich würde gerne Italien entdecken. Italien steht auch auf meiner Liste. Wir sollten eine gemeinsame Reise planen. Italien steht auch auf meiner Liste. Wir sollten eine gemeinsame Reise planen. Es wäre toll. Wir können all das leckere Essen probieren. Es wäre toll. Wir können all das leckere Essen probieren. Zu Ehren zukünftiger Abenteuer. Mary Zu Ehren zukünftiger Abenteuer. Mary Prost Michael Auf neue Erfahrungen und tolle Gesellschaft. Prost Michael Auf neue Erfahrungen und tolle Gesellschaft. Auf fitness Fericht. Von Nordgeist af